Im Frühjahr gibt es dann auch den Kindzeitplan oder das Wetter und die Vegetation ist der Zeitplan. Das ist ein Prisimus aber, da können wir auf Erics Mott fahren. Das habe jetzt der alte Schäfer herausgefunden und nicht auf das gelassen. Wir sagen hier, wir gehen gerne auf die Alp und wir kommen gerne um die Hebe. Hup, 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 hup! Das gebe ich ehrlich zu sagen, wir müssen manchmal einfach früher dröhnen. Läu, 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 Läu. Läu, Läu, Läu. Derso Frau Läu. Läu, Läu, Läu. Vielen Dank.